Ich bin Sven, der Aufnahmeleiter vom Großstadt-Klein. Was macht dein Aufnahmeleiter? Er leitet. Denn Z ist Krieg. Film ist Krieg. Ja, das kann nicht jeder. Und da braucht es einen Marionettenspieler, wie mich. Die Z-Polizei, das Z-S-E-K. Ein Dirigenten, der durch das Leben des Films führt. Ich mach das einfach. Und wer nicht hören will, der muss fühlen. So, dann wisst ihr Bescheid. So, dann wisst ihr Bescheid.